So ein Streckporn. Ich erzähle euch jetzt einen Witz. Meine Schuhgrösse ist Grösse 44, wenn ihr mir noch mal ein paar Schuhe von Deutschland bringen möchtet. Meine sehr verehrten Damen, meine sehr verehrten Herren, liebe Neger. Sauber, Sauber, Sauber. Weisst du, was schwerster als Schwarz ist? Nein, weiss keiner. Nein, wissen wir auch nicht. Wenn du mit einer Schweißbrille in ein Eisenbahntunnel reingehst und einem Neger ins Arschloch reingehst.